Stromanbitter wechseln Österreich. Ja hallo und servus und in dem Video zeige ich dir wie du in Österreich ganz einfach den Stromanbitter wechseln kannst. Du kannst sicher bis zu 500 Euro dabei sparen. Es kommt natürlich auch immer darauf an wie viel Stromverbrauch du hast. Das einzige was du brauchst zum Strom wechseln ist die Jahresabrechnung und dort entsteht dann oben wie viele Kilowattstunden du verbracht hast. Ich persönlich baue in 4 Personen seit 2200 Kilowattstunden. Das ist schon sehr sehr sparsam. Ich bin auch schon unter 2200 gewesen. Der Durchschnitt liegt ca. bei 4470 und wenn du mehr hast dann bist du sogar eher nicht sparsam oder verschwenderisch. Und dann solltest du sowieso dann nach dem Stromwechsel noch überlegen wo kannst du noch ganz einfach Stromkosten einsparen. Ja ich finde das Strom wechseln ist eigentlich ganz einfach und zwar hast du das innerhalb einer halben Stunde maximal einer Stunde erledigt. Ich schätze mal wenn du das Video anschaust und dann selber wechselst hast du das wahrscheinlich in einer halben Stunde erledigt. Und das ist so wie wenn du online shoppen gehst. Der Link dazu den gebe ich da unten rein. Es ist eine österreichische Webseite und falls du die dort nicht auskennst, es gibt sogar Telefonnummer wo du anrufen kannst. Aber normalerweise brauchst du das nicht. Ich zeige dir jetzt ganz einfach wie das Ganze funktioniert. Das heißt du klickst auf den Link, dann kommst du da auf diese Seiten von Durchblicken, dann klickst du nur auf jetzt vergleichen. Da steht eh schon Stromtarif wechseln, jetzt vergleichen. Klickst du da mal drauf. Dann wirst du weitergeleitet und dann ist es schon ganz einfach. Die erste Frage, was da ist, du brauchst eigentlich nur den Online-Fragebogen ausfüllen. Haben sie mehrere Zähler oder eine Wärmepumpe? In Österreich ist es so, ich glaube das ist aber teilweise von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Wenn du eine Wärmepumpe hast, dann kann es sein, dass du zwei Stromzähler hast. Das heißt du hast einen Nachtstromzähler. Der Nachtstrom ist natürlich auch günstiger wie der normale Strom, der Dockstrom. Und da kannst du das oben eben auswählen mit Jahr, Nein. Du siehst dann da nochmal einen normalen Zähler oder zwei Zähler. Standard und Tag und Nacht Verbrauch getrennt ist. Und wenn du das hast, das steht aber alles auf deiner Stromrechnung. Beziehungsweise wenn du in Zölerkosten reinschaust, siehst du, ob du zwei Zähler drinnen hast oder nur einen. Im Haus natürlich, wenn du in einer Wohnung drinnen bist, so wie ich. Und du hast unten, machst du Stromzähler auf, dann sind natürlich dort bei mir acht Zähler drinnen. Ich habe aber deswegen ja auch nur einen, weil jeder für eine Wohnung nur zugeteilt ist. Aber wenn du eben Dochtstrom hast, ich nehme an, dass du das dann sowieso weißt. In dem Fall sage ich da jetzt Nein. Mein aktueller Stromverbrauch ist, wie gesagt, 2200. Das soll ich da gleich eingeben. Du siehst dann da auch nochmal einen Assistenten rechts. Wenn du über Assistent draufklickst, da ist es auch so. Single, Haushalt 2.000, Paare 3.000, Familie 4.000 und Großfamilie 5.000. Das sind halt so Vorgaben, die du da auch schon angeben kannst. Du siehst, ich bin eigentlich fast bei der Hälfte bei der Familie. Und da kannst du dann richtig gerne sparen, wenn du den Stromverbrauch um 1000 oder 2000 Kilowattstunden externer sendest. Dann hast du da die Postleitzahl, die musst du eingeben. Ich glaube, der hat das bei mir vorher schon gespeichert. Es kann sein, dass bei dir da jetzt noch gar nichts drin entsteht. Ich gebe da einfach die Postleitzahl an. Dann fließt derzeit Strom an diesen Anschluss. Was ist da gemeint? Das heißt, wenn du schon am bestehenden in einem Haus oder Wohnung wohnst, dann hast du natürlich schon einen Stromfluss. Ist klar, weil sonst könntest du dir das jetzt gar nicht anschauen. Wenn du aber jetzt gerade in einer Wohnung neu hinziehst, dann musst du da eben Nein auswählen, weil dann muss der Energieversorger erst einmal schauen, ob das Stromzähler das Ganze da ist beziehungsweise überhaupt das einmal freischalten. Dann läuft der Vertrag auf ihren Namen, ist sowieso klar. Dann ihr aktueller Stromlieferant. Derzeit bin ich bei Stromdiscount und ich werde jetzt dann auch wechseln. Tarifbezeichnung, hast du da Eco-Sonne, VKI oder Wind. Also ich habe in dem Fall VKI-Aktion 2014. Da hat es einmal eine große Aktion gegeben. So wenn die, glaube ich, 10.000 Wechselwillige gehabt haben, dann haben die dann eigentlich einen Preis ausmachen können, das VKI. Und da habe ich dann damals einmal gewechselt. Und da wählst du dann das aus und sagst dann da nur Neu berechnen. Dann berechnet er gleich einmal den Strompreis. Du siehst, die aktuellen Angebote sind von 342 bis 588 Euro. Das heißt, das sind dann schon über 100 Euro. Das sind dann 140 Euro, über 140 Euro, was man alleine sparen könnte. Obwohl ich schon einen extrem niedrigen Energieverbrauch habe. Und was ist da jetzt noch zum Beachten? Das heißt, du kannst jetzt sagen 100% neuerbare Energie. Das kannst du da wegklicken. Dann wird wahrscheinlich der Preis jetzt noch mehr günstiger werden. Dann schauen wir mal 379. Da ändert es jetzt in dem Fall nichts. Eins ist natürlich so, was ich nie nehmen würde, ist Atomstrom. Weil ich möchte, dass diese Form generell abgeschafft wird. Deswegen fördert die das auch nicht. Es kann natürlich sein, dass irgendwo bei einem Stromanbieter, wenn der Atomstrom bezieht, dass der Preis vielleicht noch günstiger ist. Das mache ich nicht. Deswegen sage ich da erneuerbare Energie. Du kannst dann einen Ökostrom anklicken. Falls du überhaupt so ein Ökofuchs bist, mache ich in dem Fall nicht. Weil da wird es nämlich dann auch ein bisschen teurer. Können wir gleich einmal anklicken, ob es da teurer wird. Klar. Da wird es gleich einmal um 30 Euro teurer. Und Preisgarantie kannst du dann noch anklicken. Das heißt, Preisgarantie heißt nichts anderes. Normalerweise werden die Strompreise immer wieder erhöht. Und wenn du auf Preisgarantie klickst, dann ist der Preis z.B. für 6 Monate oder für 12 Monate fix. Was du aber nicht einberechnet hast, sind die Steuern. Wenn die Steuern sich erhöhen, dann hast du natürlich keine Preisgarantie. Du hast das nur am Nettopreis vom Energieversorger. Das kannst du natürlich da noch anklicken. Und er zeigt dir dann auch, wie lange der Preisgarantiert wird. Mache es mal ein Jahr. Mache es mal nur ein halbes Jahr. Aber das ist von Anbieter zu Anbieter dann anders. Was man auf jeden Fall aufpassen muss, ist da Rechnung aus einer Hand. Das ist das, was ich bei mir jetzt nervig gefunden habe. Und zwar bei Stromdiskont ist es so, ich kriege die Rechnung von Stromdiskont für den Arbeitspreis. Das heißt, der Arbeitspreis ist das, was du verbrauchst. Und das andere ist die Netzgebühr. Und die Netzgebühr liefert, also die musst du an einen örtlichen Energieversorger zahlen. Bei uns ist das in Burgenland die Energie Burgenland. Das heißt, ich kriege jetzt zwei Rechnungen. Ich kriege eine von Stromdiskont und die andere Rechnung kriege ich von Energie Burgenland. Und das finde ich persönlich ein bisschen lästig, weil da fehlt dann ein bisschen auch der Überblick. Und deswegen würde ich da jetzt da anklicken, Rechnung aus einer Hand. Er zeigt dir das dann auch gleich immer an, wo das geht, Rechnung aus einer Hand. Das heißt, bei der Kellag geht das. Und es geht auch beim Verbund. Wobei der Verbund jetzt da doch vom Preis her jetzt sind 20 Euro Unterschied pro Jahr. Beim Verbund geht das und bei ein paar andere auch noch. Und du siehst aber da, wenn du da runter scrollst, immer, wenn die Rechnung nicht aus einer Hand geht, steht das, glaube ich, jetzt extra dabei. Schauen wir mal. Gut, jetzt habe ich das nicht so ganz gesehen mit der Rechnung aus einer Hand. Das heißt, er zeigt dir jetzt da die Obersten an. Das ist alles Rechnung aus einer Hand. Und wenn du dann ein bisschen runter scrollst, dann dauert das ein bisschen. Dann siehst du da ganz rot, da keine Gesamtrechnung aus einer Hand. Da auch keine Gesamtrechnung aus einer Hand. Das finde ich jetzt da irgendwie nervig. Deswegen werde ich natürlich jetzt da die nächsten Tage auch den Wechsel vollziehen. Ich habe da jetzt nur einmal das Video jetzt vorher gemacht. Wenn du dann da runter schaust, du siehst da meinen aktuellen Anbieter. Zu dem scrolle ich jetzt gleich runter. Das dauert ein bisschen, weil es mir da richtig viele angezeigt. Da Stromdiscount. Das heißt, mein jährlicher Tarif ist 488,50. Und wenn ich da jetzt da rauf scrolle im Vergleich 379,97, dann siehst du, dass ich mir, rechne das hier automatisch klar aus, dass ich mir 108 Euro ersparen würde, wenn ich jetzt zur Keller gehe, ohne jetzt irgendeine Werbung für einen Anbieter zu machen, aber ich meine, für eine halbe Stunde Aufwand, 108 Euro, das sparen, macht mehr wie Sinn, sage ich einmal. Und vor allem ist es dann noch wichtig, dass du jedes Jahr wechselst, weil du ja jedes Jahr einen Wechselbonus kriegst. Das heißt, wenn du da auf das i klickst, siehst du sofort, die Stromkosten sind 176, das heißt, das ist der Arbeitspreis, das ist das, was ich mit den 2200 Kilowattstunden aktuell verbrauche. Du siehst, das Bewehrs an der ganzen Sache ist, die Stromkosten machen 177 aus und die Netz- und die Abgaben sind das Doppelte fast. Ich meine, nicht ganz, aber mehr nicht ganz das Doppelte. Und dann siehst du da, die Gesamtkosten sind dann 485 Euro. Und dann siehst du den Wechselbonus alleine. Durch das Wechseln kriege ich einen Bonus von 105 Euro. Das heißt, es ist wichtig, dass du wirklich jedes Jahr einen Wechsel machst. Am besten ist, du notierst dir das heutige Datum und in einem Jahr machst du das gleiche wieder. Hast du das in den Kalender rein, wenn du einen digitalen Kalender hast, so wie ich über das iPhone zum Beispiel, dann ist das ganz einfach. Dann kannst du eine Erinnerung am Kalender einstellen, einmal im Jahr oder zumindest stellst du jetzt einseitiges Datum und dann elf Monate, dass du immer vor dem Vertragsende immer rechtzeitig wechseln kannst, weil du hast ja, glaube ich, je nachdem vier Wochen bis acht Wochen die Kündigungsfrist. Und da ist es dann einmal wichtig, dass du das Ganze auch notierst. Du siehst dann da weiter, was der monatliche Teilbetrag ist, 32 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Österreich so einen Anbieter gibt, aber in Deutschland gibt es Anbieter. Da hast du eine Vorauszahlung, das heißt, du zahlst deinen ganzen Stromkosten. Also die 485 Euro wirst du jetzt schon sofort zahlen und das würde ich generell nicht empfehlen. Ich habe mir das jetzt nicht genau angeschaut, ob es Anbieter gibt, die das haben in Österreich. Das Problem dabei ist, wenn du die Stromkosten ein Jahr in Vorhinein zahlen musst und dann geht die Firma Konkurs, dann ist der Strom, dann ist der Geld weg und die Kilowattstunden, die du in Vorhinein gezahlt hast, sind dann leider auch weg, weil du wirst dann wieder automatisch vom wörtlichen Energieversorger versorgt. Das heißt, du brauchst auch keine Angst haben, wenn die Keller geht, sie zum Beispiel in Konkurs gehen würde, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber nehmen wir an, die Keller geht in Konkurs, dann bleibt trotzdem das Licht noch an bei dir und der Strom, weil der örtliche Energieversorger, der muss dir dann weiter den Strom liefern und der schickt dir dann natürlich eine neue Rechnung und alles, was du bis du dahin gezahlt hast, ist natürlich weg. Deswegen würde ich nur monatliche Teilbeträge wählen, damit das nicht passieren kann. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Du kannst sagen, Bankentzug und Zahlschein. Meistens ist es so, wenn du Zahlschein auswählst, dass du dann, schauen wir mal, ja dann fliegen dann gleich ein paar weg. Mit Zahlscheingängen geht eigentlich gar nichts. Was natürlich auch ist, mit Zahlschein hast du dann gleich höhere Gebühren. Das ist auch klar. Und du hast dann da die Rabattmöglichkeit, dann einmal mit der Vorauszahlung. Schauen wir mal, ob sie da jetzt was tut. Nein, tut es jetzt da nichts. Und elektronische Rechnung ist sowieso Standard. Und dann kannst du dann auf Tarifdetails gehen. Da siehst du dann auch nochmal die Grundgebühr, die laufenden Rabatte. Die Belieferung, dann hast du da gleich die Tarifbedingungen. Preisgarantie, ein Jahr ab Vertragsbeginn. Bindungsfrist hast du keine. Zwölfmal der Zahlungstermin. Das heißt, das wird der Zwölfmal anbucht. Das ist schon mal eine coole Sache. Zahlungsweise, Bankentzug und Gesamtrechnung aus einer Hand. Das empfehle ich wieder. Und hast du dann für einen entschieden. Dann gehst du einfach her, sagst du zum Wechseln. Du siehst da nochmal die Tarife. Du siehst dann, aus wo sich der Strom jetzt da zusammensetzt. Ökostrom, Windenergie, Biomasse, Sonnenenergie und Wasserkraft. Das ist schon mal sehr gut. Du siehst, wo der Strom gezeigt wird. Und Onlinewechsel. Du kannst das gleich online machen. Dann hast du da 109 Euro Ersparnis. Klickst einfach auf Weiter. Fühlst das Formular aus. Sagst Personendaten senden. Und das war es im Endeffekt. Also ich denke, dass das ganz einfach ist. Du brauchst da auch keine Sorgen machen. Da steht auch mindestens, du hast 14 Tage Widerrufsrecht. Falls du da unsicher bist. Und du siehst da die Bewertungen. 4,8 ist einmal top. Und wenn ich da jetzt dann nochmal kurz zurückgehe. Was ich auch noch beachten würde. Sind immer die Bewertungen. Die Kundenmeinungen. Du siehst 4,4. 4,4. 4,2. Also ein unter 4 würde ich eigentlich kaum nehmen. Sag ich mal. Das passt alles. Und wenn ich jetzt da einen höheren Energieverbrauch zum Beispiel eingib. So den Durchschnitt. 470. Schauen wir mal. Wie viel man sich da spart. Du siehst da. Dass da Stromkosten sind von 559 bis 1000 Euro. Jahrespreis. Das heißt du kannst da knapp 500 Euro. Da sparen je nachdem. Was für ein Anbieter du bist. Du siehst je mehr Strom du brauchst. Desto höher ist natürlich die Einsparung. Und da macht es eben wirklich Sinn. Einmal im Jahr. Einen Stromwechsel zu machen. Gut. In diesem Sinne. Der Link ist unten. Unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat. Gib einen Daumen nach oben. Like meinen Kanal. Ich habe auch einen Podcast laufen. Den findest du unter www.geldsack.academy. Dort gebe ich auch immer wieder Tipps zum Thema Geld sparen. Und Kosten kontrollieren. Aber auch zum Thema. Geld verdienen. Es ist auch wichtig. Dass man sein Einkommen erhöht. Dass man verschiedene Einkommensströme aufbaut. Und dort findest du auch Tipps. Und auf alle Fälle. Findest du dort den einen oder anderen Gratis Report. Das du downloaden kannst. Wo du dann noch weitere Tipps und Tricks erfährst. In diesem Sinne. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Spaß beim Wechseln. Viel Geld. Dass du viel Geld da spart. Und einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020